so meine damen und herren und es dauert auch im moment wenn man die nicht die taste drücke also die kreise was ja auf der psv share taste ist ich muss ich mal bearbeiten dass man das was man so mit einmal drückt war glaube ich screenshot und man die gedrückt halt beginnt erst aufnahmen ich habe das aber so gemacht und man zweimal drückt beginnt die aufnahme oder stoppt die aufnahme wenn man einmal drückt beginnt mach mal ein screenshot und man lange drückt kommt eines bei webm auf urd auflösung oder aufnahme dauert es im moment bis mir so mal angezeigt wird dass die zeit anspringt wenn man auf normal spielt also wenn sie nacht ist ist in france yep this is actually one of our less convoluted missions you sure it's in carcassonne then i am sure it is there but i am not sure a part is wise this grail whatever it is i fear it is anathema unto god men died to hide it to shield the world from its influence or to keep it for themselves whatever their reasons we need it we're gonna win this war no matter the cost and what if cost is our soul i'll write them a check five minutes to drop what's the situation on the ground oh cat food mental capture the town a while back we can expect heavy enemy activity nice i like a challenge you're set to rendezvous with a french resistance cell contacts name is michelle she'll meet you on the main square the resistance will get you into the castle undefallschirm 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 Ich bin raus. Ich habe meine Schnauhe verloren. Die Wind sind zu stark. Kann jeder mich hören? Versuch uns zusammen. Nicht schnauern. Wir sind... Leute, hallo? Scheiße, ich kann nichts sehen. Ist das ein Baum? Wahrscheinlich. Hallo? Hat jemand da? Gwyn? Genau. Achttausend Meter... Achttausend Meter laufen. Ja, diese Mission geht großartig. Dingy! Ich laufe doch keinen Achttausend Meter! Oh, da kommst ihr. Oh, komm mal, da sind die Engelflieger. Oh, komm mal, da sind die Engelflieger. da friss scheiße und stirb da 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 die be fin wenn we we is Oh, yeah, time for a race. This is Radio Free Earth with more news from Rome. If any of y'all French people can hear this, me and my gal Aubrey are stuck in this here bell tower, which you might find funny seeing as my name is Annabelle, but frankly, I'm in a bit of a pickle or whatever it's called around here, a bit of a souffle, maybe, and we sure could use a hand, preferably one with a gun in it. Yo. Um. Tummel's close. Guess I'll have to take a detour. Hier kann ich aufsteigen. Hallo, ich möchte gerne das Auto verlassen. Die... Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Gehen! Sam! Kimmy, das du? Damn radio. Might as well be carrying a can on a piece of string. I don't know. Das war's für heute. 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 No, really? They are evil, astral imperialists! Kill them all! Punish them for their negative karmic footprint! Send them back to the astral plane! Rearrange their shackles with your feet! They can't do it! 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 I can't do it! Das war's. Digger, wer schießt da noch? Digger, die stehen da hinten. Aber ich habe keinen Bock hinzu laufen, du Stück Scheiße. Digger, wer schießt da noch? Das war's. Digger, wer schießt da noch? Das war's. 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 Ja, wieso fährt er nicht weiter vorwärts? Das ist schon sehr lächerlich, Digi. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Diggi, das ist ja lächerlich, dass er wieder dran hängt. Diggi, der hängt da schon wieder dran. Das war wieder so klar, Diggi, darf ich noch in vorne starten? Diggi, häng mir nicht jedes Mal so ne Schwuchtel dran! Meine Fresse! Diggi! Diggi, da ist ja, da ist ja, da ist ja, da ist ja. Diggi, da ist ja. Diggi, das war's. Diggi, da ist ja, da ist ja, da ist ja, da ist ja, da ist ja. Diggi, das ist ja so ne Banderte Mission. Weißt du, das können die nur, was Diggi, dieser Mann klatschen. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und werden zu der nächsten Folge uns an dieser Stelle wiedersehen.